Willkommen zurück zu einer neuen Runde. Tettete... und TDD Vanva? Hallichen! ...Nana? ...Inutrator-Snape? Panda? Hallo! ...Coque-S realizing over strong. Zero Coke. Zero! über hand und natürlich auch noch nitte also multipl intensive repudiante das ist ja eigentlich haben schon her wenn gente weepa und schmiert sich das in die Haare. Was ist denn jetzt passiert? Das war der Monitor, der hier irgendwo jetzt liegt. War das Tee? Nein, das war kein Tee. Reaper, ich wollte gerade noch was sagen zu dir. Und zwar hast du vielleicht bei Schamkopf gearbeitet? Bei wem? Schamkopf. Äh, Dete? Dete, hier ist ein toter Körper. Ja, 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 Dete, schon hier. Schade, ich dachte, du hast diese. Ich dachte, der muss die Ausnahme. Ausnahme. Cyberwatch, was ist denn mit deinem Monster los? Wusste? Ich glaube, Reaper ist Tee. Der hat die ganze Zeit die Leiche. Nein, hinter dir, hinter dir, da! Panda ist das. Was? Was? Nein. Ich glaube, Reaper ist es. Hey! Ich glaube, Reaper ist es. Ich glaube, Reaper ist es. Hallo, Nana. Okay. Hi. Nein! Oh, das ist nicht gut. Ah, halt, warte. Das ist nicht gut. Ich habe einen anderen Plan. Jetzt sind wir runter. Nana. Ich will nur noch unten. Ich glaube, du bist es. Ich glaube, du bist es. Tote Menschen. Oh, ein Traitor. Ja, da war noch Snail. Der ist in den Luft geflogen. Okay. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist super. Da ist noch ein Schneemann. Schöner Schneemann. Warte mal, ich versuche mal, Snail wieder. Ah! Echse. Aua. Aua! Okay, Nana schießt auf Dings. Aua! Aua! What the fuck?! Yaaah! Oh Mann, ich komm zu schnell in den Raum rein. Auf einmal fliegt mir voller Karte Schreibtisch. Kennt man der. Ja, Kennt man, ne? Ja, das war ein monitor. Keine Ahnung. Ich wusste, irgendwas ist entgegengeflogen. Einmal bin ich in die andere Wand geflochen. Ich bin mir ein Kresenrafen. Es ist ey, töte Reaper und das Ende vom Lied, ich sterbe. Weil der Traitor nicht getötet haben muss. Der gute Traitor ist böse Illusent-Ober. So wie sich's gehört. Ich hab gerade ne Shotgun vernichtet. Ich hab grad ne Shotgun den Ball Corona geschmissen. Übelste Sorte. Ach ja Reaper, brauchst du ein Beziehen, um dein Herz zu Repairn? Nein. In der Tat. Alter, das sind so schlechte Witze Leute. Er hat Haarausfall. Er braucht ganz schnell Koffein im Medizin, Robert. Weil du die ganze Zeit so lieb behandelt wirst, kriegst du die goldene Diegel. Wo bist du? Er braucht Koffein für seinen Kopf. Nur für den Kopf. Flo hat mich angeschossen. Tuning für die Haare. Nur für die Haare. Panda, was ist das? Ist das ne Mikrowelle? Das ist doch ne Health Station hier. Achso. Ne, das ist doch keine Health Station. Hier ist doch keiner gestorben. Irgendwann ist hier grad einer gestorben. Hier ist doch keiner gestorben, oder? Doch hier ist jemand gestorben. Detective sagt's. Echt? Wie sie sich alle um diese Mikrowelle hier scheren. Was passiert eigentlich bei einer Mikrowelle? Also wenn die da geplantet wird? Ähm, wie jetzt? Was für ne Mikrowelle? Es gibt mehrere. Ja, wenn's so ne, äh, so ne Fake-Heal Station ist. Äh, wenn einer drangeht, dann explodiert's. Aber es gibt auch die Folgen Station. Flori, warum so nervös? Ach übrigens, apropos Mikrowelle, ihr müsst mal Feuerwerkskörper in die Mikrowelle rein. Nein. Nein. Das ist ne Golden Beagle. Flori, warum so nervös? Jaja. Flori ist Traitor. Ah, Hipple, es ist, es ist Exo. Oh. Hey, komm. Ja, Flori. Flori ist tot. Ich glaube, das war mein Verdienst sogar. Schade eigentlich, weil bringt nichts, weil der Dez ist tot. Eine Gedenknote. So. Halt. So, oh, du meine Güte. Äh, du erschießt mich gleich, ne? Weil ich noch nicht weiß, ob du dein Letzter bist. Ich erschieß dich nicht. Du hast grad ne Melone geplantet, oder? Ah, Navo! Ah! Sehr schön. Warum wurde Navo eigentlich eben confirmed? Ich hab mit alles confirmed. Ich wurde noch mal nicht confirmed. Oder rechts unten wurde es zu confirmed. Obwohl ich alt gedrückt hab währenddessen. Das hat rumgebackt anscheinend. Eine Ahnung. Ach man, ich musste auf die schießen, weil du hättest doch den Sechen gesehen, den ich kurz vorher erschossen hab. Ich hab's verpeilt, dass Flori auch noch im Nebenwärts stand, als ich auf Essen geballert hab. Äh. Was hast du geballert? Auf Essen? Auf Echse. Nein, du darfst doch nicht auf Essen schießen. Du hast auf mich geballert. Du hast grad auf Essen geballert. Ich schieß mir das Leben auf Essen. Wann hat gar nicht gecheckt, dass ich noch im Nebenraum war. Der ist einfach wieder weggegangen, als er Flori eben geballert hat. Hab ich ja nicht gesehen, ne? Gott. Ähm. Ja. Ich wollte mir noch mal ne Diegel drin. Ich hab da sogar noch getrunken im Nachbaraum. Was hab ich nicht gehört von mir. Da war's dann glaube ich schon wieder weg. Ja, wahrscheinlich. Jawoll. Es geht schon wieder los. Sekunde vorher noch geblendet hat. Nee, schaffen los. Ah, okay. Ja, die hab ich ja gehört. Nee, schaffen los. Hast du nicht gecheckt, dass ich jetzt da rumgelaufen bin? Nö. Hattest du Dateskin? Ja, Dateskin hattest du. Okay. Deswegen dachte ich ja, hä? Na, warum? Dachtest du? Na, na, hätte die geblendet? Ja, ja. Der war ja hinter mir, ne? Guten Tag. Guten Tag. Was möchten sie haben? Eine Melone. Ich möchte eine Melone gegen diesen Tischteinten eintauschen. Nimm deine Wacken und gegen. Der war ja vorher gegen ein Herd. Genau so. Melone eintauschen. Ist deine Akten aber vergessen. Warten sie. Oh, warte. Ich geb dir Alternativen. Ich hab dir Melone zerstört. So geht das nicht, ja. Ich will diese Melone jetzt gegen... Gibt dir Alternativen für Deutschland? Okay. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Was ist denn mit der Physik von diesem Tisch los? Welcher Tisch? Ja, hier. Der hängt so. Das ist mal so alles, was gegen die Physik ist. Okay. Das ist ne Zielscheibe. Ach so, wie so... Warum gibt hier schon mal die Mikrowelle? Wie so ne Dartscheibe, ne? Und da drauf zieht... LOL. Wieso? Was ist jetzt passiert? Egal. Scheiß drauf. Irgendwas ist explodiert. Und ich hab hier irgendwas... Keine Ahnung was der war, aber... Ja, er war... Er hat Benkel gemacht. Jetzt steckt er seinen Kopf durch die Decke. Gucken wir mal. Oh. Dann tut's mir leid. Das war gerade gemein. Mein Hey sollte ein Hey hier Piep was werden. Ey guck mal wie der so durch die Decke ging. Ach das war C4 oder was? Ja. Ja, das hat euch alle getötet. Und die stand direkt daneben als es hochgeguckt. Und die stand direkt daneben als es hochgeguckt. Oh Leute. Oh mein Gott. Kann da eins bitte noch den Death Note bitte nicht zum töten des letzten Spielers verfinden? Okay. Es war so unfair. Es wurde davor gestorben. Es wurde davor gestorben halt. Ja, ja. Und dann... What the fuck? Weil man geht da einfach so C4 hoch, alle Menschen sind tot aus der Zeit. Ich fand das... Ich fand das voll lustig. Also es war doch schon sehr angesagt. Hab ich mich sogar gar nicht aufgeregt, muss ich sagen. Wo war dieses verdammte C4 denn überhaupt? Es war echt witzig auf jeden Fall. Ich bin ganz außerhalb in dem... Ich hab mit 12 HP überlebt. Ich hab mir hier schon gedacht, da ist doch ein C4 Symbol. Aber dann... Warst du traitor oder was? Ja, ja, ich war traitor, aber ich hab dieses C4 Symbol danach nicht mehr gesehen. Und ich hab gedacht, ich stehe sicher, wo wir mit Ex gestanden. Und ich dachte nicht, ich stand da in Sicherheit. Kann mal. Ja, ich würde wie eine Silenced... Wenn... Wissen du C4 gestorbenst, ne? Ja, hab ich auch gehört. Ach so, ich dachte, ich hätte gebrobkillt die ganze Zeit. Nein. Nein, das ist C4. Ähm, ich geh mal in den Rasen mit ner Incenary. Ach so. Ich dachte schon, her, hab ich dich jetzt geprobt, Kid. Und dann hab ich... Ok. Alter. Warte, warte, ich mach das. Mit dem Stuhl geht das nämlich. Oh, mein Weifel doch da rein! Ja, ich wollte da auch eigentlich das öffnen. So. Moment, ich hab ein Auto. Ich wollte dir nur helfen. Ja, ja, ich finde ich auch. Oh, ich hab mich verlaufen. Warum wirft der alle Waffen weg? Da. Äh, ne, Waffen-Desabler macht ja nur die Muni. Oh? Er gibt sich. So, ich hab nen bequemen Sessel mitgebracht. Ja! Was? Was? Das ist keine... WTF? GG! Wer war das? Ja, okay. Ja, gut. Wo ist jetzt gleiche? Das kann man schon mal machen, ne? Das ist ja passiert überhaupt. Da unten liegt sie. Wie jetzt? Ich seh sie. Wer war das? Das ist'n passiert. Oh! Oh! Hä, wer hat grade den... Nein! 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 Snails! Snails! Aber einer hat hier grad den Virus geschossen, glaube ich. Virus? Ja, ich hab was gehört. Das hört sich an, wie der Virus hier geschossen wurde. Ich hab ihn gekillt! Wann war? Hast du den Virus? Ich hab kein Virus. Also ich bin ja nicht gelb. Okay, Snails! Aber Snails doch schon tot. Oh, das war's! Das war's go! Das war's go! Das war's go! Das war's go! Wann war? Das war's go! Wann war? Das war's go! Wann war? Was hab ich gemacht? Du hast eine Superdiskuss gewonnen. Ich nein! Weepa? Nein! 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 Ich hab zwei Fäste gekillt! Ach, hallo, Nava! Nein! Oh! Nein, ich schau's auf! Ups! Hexe! Jawoll! Du bist tot in ihm! Tot in ihm! Alter! Ich sah nur lang Namen und schreit tot. Und ich dachte, ich hätte mit dem Sch... Ich hab doch... Ich wollte doch grad sein, man, da liegt da längs! Wie lang dauert das denn? Wie lang dauert das denn, bis sich die Leute in Schneemann verwandeln? Ich dachte, ich hätte Coke mit dem Schneemann im Schneemann verfehlt! Hä? Ja, ja, extra auf jeden Fall sammeln schon mal. Na, egal! Ja! Coke, es dauert echt lange mit dem Schneemann, bis der man verwandelt. Heute ist echt der Tag, heute sind der Kids, ey! Ich wundere mich schon so, ich habe einen Schneemann und weil wir sicher noch getroffen haben, und dann war eine der nämlich! Sag, aber warte, du tust... Sag, aber du tust mir grad so leid, ey! What the fuck! Manchmal reicht es einfach... Ich hab echt Mitleid mit dir grade! Ich hab mich schon gewundert, dass ich... Also, haben die den Detective ausgescheitert oder was? Ey! Ich will auch Detective sein! Nein! Hm! Ich war eben Dauer Detective! Sag schon mal, da war nur irgendwie so ne C4 im Weg, dann aber... Magnetostick! Geht die... No, die Blume geht auch nicht! Komm her! Was geht mit der Blume nicht! Ich will das Sofa beiseite machen! Ey! Kannst du mit nem Stuhl am besten machen! Das ist physikalisch unmöglich! Hast du's nicht im Physikunternehmen gelernt? Mit der Blume kannst du kein Sofa verschieben! Warte, ich hab PC, damit geht's! Wann war, das ist mein Wort! Mit dem PC kannst du auch kein Sofa verschieben! Ja, ich weiß! Wann war, du bist physikalisch unmöglich! Ja, das sowieso! Wann war, du bist physikalisch unmöglich! Wann war, nicht Selbstmordbeginn! Ja, weil das Sofa dein PC zerstört hat! Wann war, nicht Selbstmordbeginn! Ja, weil das Sofa dein PC zerstört hat! Oh, er vollstuch aber! Oh, er vollstuch aber! Oh! Ja! Oh! Klo! Aha, jetzt kommt hier schon jemand mit! Wie man diese Klo-Geräusche hier? Oh, dafür könnte ich sorgen! Aufpassen! Wann ist es kaputt? Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Wann war es tot? Wann war es tot? Ich war gerade auf der Toilette, deswegen. Okay, hör auf, ich schieße dich ab. So, ne, Dete-Kollege, kannst du mir Punkt geben? Ecke. Oh, das ist ein Stuhl. Warte mal, ich suche noch kurz was. Warte mal, das dürfte auch noch ein Stuhl. Wo ist denn das? Wo ist das hier? Oh ja, ich hab's gefunden, jawohl. Verschiedene Stühle. Okay, Panda hat auf Coke geschossen, aber war es nicht. Der Stuhl ist doof, ich will den anderen, der ist weicher. Das ist doch nice. Er ist weicher. Moment mal, hat Cyberbot vorhin nicht... Was hab ich vorhin was? Ah, okay, er redet noch. Was ist das? Lalalalalala Lalalalalala Auch ein Echse Ich hab irgendwie Angst, dass er mich umbringt Ich hab irgendwie Angst, dass er gleich wieder über den Haufen geschossen wird Darf ich den Stuhl an dir reiben ? Nein, das wäre normal Ja Aaaaa, gut gemacht Nana Wissens brauche, dass du Tee bist Aua Aua, werden mich jetzt da kr- Was ? bei mir leckt es grad der prize er ist tot er ist tot er ist tot ja ich habe geschossen hat sich erledigt du hast mich gerade im angeschossen aus sehen aber es geht schon hat einiges erklärt gerade ich auch ein reaper ich muss mich jetzt hoch ich habe 59 du bist jetzt fels wie kommt das ist eine tote rede der lädt doch nicht mehr auf das stört oder werf es über im balkon ich mache es jetzt oder kann ich so eine unidentifizierte land auf wiedersehen medkit das florenko na wo es war abschluss warum weil sie die einzige ist die nicht da ist und hier führt die spur weg von flori wir gehen auf die suche nach ihr ok sie ist hier irgendwo keine ahnung wo auch sorry 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 der coke ist gerade gestorben ich weiß nicht von wo vorne ich habe einen helf hilf mir sie ist tot jetzt bin ich in die toilette gefangen draußen auf dem großen balkon müssen ja ich musste das mal wieder hoch die toilette gefangen ich sehe in die toilette gefangen ich sehe in die toilette gefangen da bin ich auch gerade eingefangen da bin ich auch gerade eingefangen da bin ich zugefolgt der verwarmer wandelt sich vor meinen augen mit dem prop disguise da in den schreibtischstuhl na wo ist richtig mies guck mal die idee zerleichtert ich denke es ist immer die aufgefangenheit dass ich dir gefolgt bin ich habe gar nicht gesehen dass er hier entstand ich stand die ganze zeit hin ich habe einen hammer abzug von einem punkt geschossen habe ich gar nicht coke hat null damage gekriegt ich habe auf die melone geschossen das habe ich zu spät gesehen melonen melonen oh man das ist echt zu genial aber du stehst auf melonen ne? immer zwei sehr sogar aber nur im doppelpack immer zwei melonen nehmen aber jetzt eine melone ne? ja ne? so eine frische wassermelone so eine frische große dicke wassermelone wer ist hier unter mir lange auf der coke? los wir räumen mit den melonen auf hier wo seid ihr denn alle? oh jetzt ist sie kaputt gegangen ich muss noch eine neue haben obwohl das geht auch oh wir sind so cool wie eine flasche wasser ach hallo flori oh hier draußen ist einer verreckt also ihr macht hier umdekorieren oder? ah steckt fest mr coke kam euch einer entgegen dann? nein mr kooks ups was? oh nein nein ich werde zum schnee immer weißt du weißt du jetzt kommt zero kooks zero kooks zero kooks das neue kooks jetzt mit zero kooks cool 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 äh ich tippe mal reapers auch Proven der wurde auf mich geschossen ja er hat guck mal mein health an ja ich kam nur nicht zum zurückschießen weil du warst im ja ich glaube dass du auch Proven hast der hat was gehabt 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 guckte wie komm ich denn runter das hat er gehabt das glaub ich dir jetzt kein bisschen was das hat er gesagt warum sollte ich mich so tarnen ich stelle ich stelle jetzt auf Suspekt warum sollte ich mich so enttarnen soll ich mich so enttarnen soll ich noch einmal mit der Cropa hauen wie komm ich hier runter ey lass mich los bei der Cropa hauen hier ist er überhaupt dass er das Teil von exe hat das habe ich auch von exe ja dann bezweifelig auch schießen hallo was warum das einfach so äh sie legen ihre Waffenkonset ab exe ist kein prop des Geyser kauft nein legen sie ihre Pistole ab nein hat einer vielleicht ein health kit nein 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 warum soll ich mich so enttarnen also ich bin bei meinem Täterkollegen wann wir was sagst du ob es schießt oder nicht also ich finde erstmal dass Snell seine Waffe ablegen sollte ja das werden wir schon sehr nett anfangen ja dann schießen wir er hat jetzt doch er hat jetzt doch wenn er so ist dann mach ich das er hat jetzt doch wow friendship nicht reinlaufen ich hab ihn gekillt hab ihn gekillt ja 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 hat er da noch Punkte dann noch ich hab's noch nicht gesehen nana geht voraus da ist der Strahl da geht mit Sicherheit nicht rein ich hab keinen Punkt oh nein doch gut erledigt er kann da weil er jetzt ist nein ach Gott ja belebe ich mich nee lebe 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 dafür krieg's Stay My Boat gleich beim ja also das war echt ein Stay wieder ich dachte mir ich belebe den mal wieder ach so nee der war eigentlich nicht schlecht eigentlich nicht aber ja aber das war äh ich war gerade ja Detektiv ja aber trotzdem war der nice er hat's versucht für die Barone reicht's leider nichts nee diesmal nicht nee das war zu hoch er hat sich ja nicht erschossen nur wenn du da rein hast da muss man schon was besser raus gehen sammelt man eigentlich automatisch diesen propped des Geys auf ich hab hier nur entkarrt weil er ja eigentlich hier den Pratship geschossen hat ja war schön oh man da kommt so richtig entgegen ich war's von vorne herein war er mir nicht geheuer also ja gut das ist die Natur von Snell du guck mal was er hat es um mich auch eh noch zu ja ja Cyber immer diese Raucher ne Mikrowelle du musst mal ne Secksflasche in die Mikrowelle legen ist sehr lustig warte warte wer hat auf mich geschossen warte das war da hinten fände wir da da drin oder hier dran was da oben ist das nicht so ne YouTube rein ich kann sagen was er kam ich hab ein Schussloch gesehen ja wo bist denn da anders das kam hier aus dem Panda ich bin oben auf dem Dach ja achso da er hältst du mich na wo ja er ist definitiv nicht oder Snell Snell kann so gut sein Snell kann so gut sein was nervt mich schon mal Snell 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 ja dann schmeißt die Mikrowelle weg da wo du hast 3 Sekunden eins da wo du hast 3 Sekunden eins zwei ist es so gut ja hast du gut gemacht das ist besser äh Dings Improven okay die Dägel ist wer wir beschützen sie dann ja gut yo mach dir das da ist jemand da ist Cyber Mr. Coke Sie können diesen Stuhl nicht töten mach dir da 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 ich schmeiß einfach mal alle Stühle runter mach dir da alle Stühle runter ich versuch's auch ich versuch's auch warte Snitch komm wir vorbei hör dir in die Tür ich kann gut auf mich selbst aufpassen ihr zwei seid Proven also an allen nochmal es sind Proven der Panda und der Inno Traitor nein der Inno ach du kacke ich dachte gar nicht dass der Inno Traitor äh Proven sein kann Gold Deal Proven beide sind auch schon 2 Leute tot ja Armin mussten sterben Armin wenn ich den Balkon kriegen war man ganz gut die Armin mussten sterben alter was macht der hier mit der Tür jetzt noch die restlichen Muni-Kisten so das drehen hier auch nicht da drauf ähm wollte ich jetzt fragen oder was war denn ich finde wir haben den Balkon schön gesäubert äh Leute ja das ist sehr gut was hier kommt nur noch ich hab dich gerade ein bisschen zu da räumt ihr oh der Stuhl in der Ecke nein also warum hast du denn weg geschossen das sollte der Stuhl sein für die Verdächtigen zum Verhör was findest du na da muss sterben ja ich geh er weg alles klar bitte schön ich geh beide weg von euren Targets schreibt ab der euren Targets und ihr dürft da nicht hin und die Türen lasst ihr offen offen lassen weg hier offen lassen du legst dir keine Meldenmeine hin Cyber ich leg auch keine Meldenmeine hin ich werd hier stehen könnt ihr die ganze Zeit angucken also ich würde sagen dass wir uns mal alle oben auf dem Dach treppen da wollen wir ja da wollen wir ja eine prinzipiell nicht schlechte Idee na na Flori 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 warum ich hey warum ich erschieß doch nicht na nur ist es weil du ein Raketenwerfer es ist wunderschön nein nein es ist sehr wunderschön sie verbrennen die Leichen ok Flori ist weg Flori ist weg kordete 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 von wo warf von hier wo du da eben warst ja warte Cyber ist weg nein ich bin im raum rechts von neben der Tür ja Cyber ist übrigens sehr verdächtig einfach nur nur verdächtig nur verdächtig was hat Cyber gemacht der hat nix böses gemacht aber jetzt eben da draußen war jemand und ich hab beide schon in Verdacht gehabt na ok er sei bei dir wenn ich proben soll ich sagen na ja du hast die Indoor erschossen ne nein die darfst du nicht erschießen der hat doch noch nichts böses gemacht der macht doch was böses macht doch was böses das weiß er zu ja was ist denn hier passiert dann war wir machen eine Barrikade ok 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 und nicht vergessen es sind Snee und Panda Proven ne und Nanna hat gerade irgendein Nanna hat gerade irgendein Item von Boykong-Wonder geschlossen ja das war ein Trove Man-Hacks oder wie sie heißt und hier ist der Raketenwerfer Nanna hat doch Flori glaub ich getötet ja ich hab Flori getötet ok dann haben wir drei Proven Leute leider hatte der gute Flori oh Cyber auf wen hast du geschossen niemand hallo Mr.Wonder doch ist nicht ist tot der ist wie gestorben Rifle ja Rifle headshot ich bleib mal bei Mr.Wonder wenn ich sterben sollte ist es Wonder Cyber ist straight das finde ich gut eh Cyber wo ist der jetzt hin er ist in diesem Raum hier ha 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 Teleformata ha 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 Teleformata ha 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 hey kann man Mr.Cook kann man nicht irgendwie hier auf die Toilette machen hier ist aber keine Teleformata-Spur hier ist ein Loch ah ja habt ihr Cyber Nanna ja bist du Proven ja natürlich bin ich Proven ja die Spur Cyber ist es noch oder ne zwei Leute sind noch Trader genau ja so Wann war uns Cyber oder hab ich da was oder hab ich da was ich bin Proven ich bin Proven Coke ist Coke tot Panda ist Proven auf jeden Fall und Nanna auch ich hab Coke gefunden Wann war Wann war ist es auch dann ja ja es sind die letzten wo ist er wo ist er und das macht er gerade zu Hause gibt dann eigentlich noch auch nur mehr panda aber da geht doch mit mir hallo hey tür warum bist du denn panda zeig dich du bist gerade mir vorbeigelaufen hause ich wollen wo bist du panda leider nein 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 ich hoffe ich werde gleich noch mal treten kann ich noch mal kann ich noch mal den tf2 laufen jetzt hätte ich geahnt dass das da drin eure beiden targets drin sind ich hab das wäre das tag aber du verfolgst mich ne ich verband ich bin in der zeitung du gehst über mich drüber ernsthaft auch man ich hab das gar nicht erreicht die man zugegeben ich stehe hinter der tür panda läuft an mir vorbei läuft in den anderen raum ich mach mich zur zeitung er guckt die zeitung an geht wieder raus ich geh wieder einmal zurück oh man aber wie konntest du wissen dass ich einen rocket launcher hab ich war doch ich hab's gesehen ich war aber hinter der wand nein du warst ganz ehrlich du warst hier äh florik komm mal zu dem raum wo ich dich getötet hab ich komm jetzt ganz hier nicht zu dir nein ich wollte es dir erklären 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 ich hatte dich von außen gesehen also du warst ja außen warum bist du verletzt ja ja ich stand ja außen du kamst in den einen raum rein dann hatte ich den rocket launcher gesehen weil ich an die munition wollte und dementsprechend bist du dann aber sie sind nicht der feierteufel oder wir haben eine anzeige dass hier ein feierteufel rumläuft will das ding hier öffnen äh so macht man das alter ich ähm wollte dir helfen ich hab grad nein ich hab grad eben in den ziel geworfen oh 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 that was so close sorry es war keine absicht es war eigentlich keine absicht ich hab's gesehen es war keine absicht der schimmel ist auch nicht drauf gefallen ich hab grad eben alle gegrillt ne mich nicht MrGamer zu mir verständlich haben wir was umgebracht wir wissen doch nicht dass du inno bist ja trotzdem ich bin da nicht reingelaufen erzlichen Schacht geworfen wo ich nicht mehr raus kann Flori warum ist denn eine Leiche das mag ich doch es ist doch inno macht doch keinen unterschied ja genau inno ja warum schloss ich ihn weg zu wem vielleicht hättest du die Punkte als Traitor nehmen können was hast du die Punkte rausgenommen aus ihm ja welche Punkte wenn er inno ist Flori er schießt mich doch ab ey er hat die inno Punkte rausgenommen als Traitor und er hat die inno Punkte rausgenommen der ist absoluter Beweis er flore muss verhaftet werden absoluter Beweis ist absoluter Handmann ich kenne die sich gegen sagen Flori du musst verhaftet werden Flori ich bekomme die die externe man einen rein schon aus Flori wenn du inno bist irgendwie hast du ja glaub ich durch Platz gestorben Naja, machen wir das auch vorm Balkon runter. Das sind doch alles immer leicht, die kann man doch wieder erleben. Aber ich wollte den Balkon sauber haben. Sie sind verhaftet. Warte, ich mach das letzte Teil. Vergiss es. Sie sind verhaftet. Ach, das muss ja Narvo sein. Hier, Narvo wird nochmal runtergeworfen. Okay, ich schläf die Waffen weg. Sobald du hast, aber gib mal. Nein. Sobald du hast. Ich bekomm die ganze Zeit Crowbars und Magneto-Sticks. Nein. Wieso hat Reaper neingerufen? Reaper ist doch tot. Ja, er war der Stuhl. Ach so, Reaper war ein Stuhl. Detektiv 4, ein Stuhl für sie. Oh, danke, danke. Ach, Narvo, das ist da oben. Oder stell dich wieder auf. Nein, mach mich wieder los. Warum bist du verletzt? Weil ich von Tori mit einer Insti abgeworfen wurde. Das habe ich doch schon eben gesagt. Ich war bei Exe aus dem. Nee, das war Coke. Hey Exe, ich war bei dir. Du kannst bedeuten. Ich konnte gar nichts abschießen, weil ich gefesselt war Exe. Du hast eben eine Insti auf mich geworfen. Ach so, du meinst die Insti ganz am Anfang. Ich hab doch nichts von Schießen gesagt. Ich hab gesagt, du hast eine Insti geworfen. Ja, sorry. Was kann ich denn dafür, wenn alle durcheinander reden? Was ist das T-T-T-T? Hat der Nabo gesagt? Nein, Narvo ist lange tot. Deswegen mein ich ja, Narvo. Ja, die ist durch den Klopp gestorben. Wahrscheinlich durch mich. Hast du gerade der T-T gekippt einfach? Nein, 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 der war schon vorher tot. Der war schon... ...durch. De Shotgun... Flori, äh, Cyberbot. Was?! Ich schiebe noch gar nicht! Nama? Er hat nichts gemacht, oder? Was? Ich bin nur runter in's Flur gegangen! Chaos! Soll, warum schießt du fast auf mich? Nana ist es! Ich bin's gar nicht. Eiiiään... Hite, ich bin DEETE Äh, Nana ist zum Absto- Abstoß... Abstoß, Abstoß, Abstoß! Ab.... Erle, Tötet es! Der Torwart hat... Der Torwart macht einen Abstoß! Wer ist denn das so toll? Na, Na, Na ist traited, Na ist ein freischer Abschuss! Tötet Na, Na, Na! Und Reaper ist auch frei zum Abstoß! Sorry! Und Reaper ist auch frei zum Abstoß, der hat mich auch angeschossen! Flori, ich wollte das nicht! Achso, ne, Cyberbot! Dann schießt Na Na ab! Schießt Na Na ab! Der ist in dem Raum. Wo denn? Der ist nicht mehr da drinnen. Der ist in dem Raum. Rory. Warte, warte. Lass mich konfrontieren doch erstmal. Auch meine Güte hier, Dete. Identifiziere ihn. Mein. Oh Mann. Das Konfront hat sogar geholfen. Ja. Ab. Dumm gelaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke. Und noch einen schönen Tag.